Sieht auch extrem mäflig aus gerade, aber ich werde das eh noch korrigieren. Ich benutze dafür meine anatomischen Kenntnisse, weil du zeigst noch. Wie soll ich immer wieder so sagen? Weiß ich nicht, die ist einfach zur Gewohnheit geworden. Und was soll ich eigentlich dazu sagen? Man muss sich meistens hoch konzentrieren. Besonders wenn man so macht wie ich, kann es ziemlich hässlich werden. Und deshalb verwende ich alles ein. Sieht aus, als wenn Mew, also dieses Arcti Mew, Arcti Lavi, ach, die Mew sieht schon viel merkwürdig aus. Ähm, ich habe irgendwie Angst bekommen. Sieht irgendwie noch ein bisschen merkwürdig aus. Ich versuche mir dabei immer vorzustellen, wie ich es am besten machen kann. Ohne komplett durft so anzustehen. Und ich sollte auch langsam mal wieder aufhören. Die Farben. Aber das ist immer mein Problem. Wie kann ich nicht so wirklich aufhören? Und ich habe gerade mein Fuzi-Sein geschafft. Schön kleiner. Also das ist nicht gerade eins meiner kreativsten Werke. Ich habe auf interner Seite eine Mew-Fan-Spirt-Galerie gemacht. Und wenn ihr es findet, könnt ihr es vielleicht nutzen. Ihr könnt auch Aufträge annehmen. Sieht irgendwie aus, als wenn es immer noch eine Art... Ich sollte ein bisschen nichts haben. Und einfach langsam aufhören. Aber das ist gerade das Problem. Irgendwie kann ich nicht. Ah, ist gleich schon wieder. So, diese Farbe habe ich dann genommen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann könnte ich ein 5 machen. Ich sollte nicht dauernd auf rechtsklick machen. Wäre mal schön. Näh, das ist schein kleistermäßig auch. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Also diese Farbe ist schon, werde ich diese Farbe hier nutzen, um dann 1, fail, 2, aber ich merke doch gerade damit, bis ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich muss mal kurz hier, also da, jetzt wenn ich es gewusst hätte. Mal so. Und da habe ich schon meinen Übeltäter gefunden. Das ist bestimmt jetzt nicht so spannend, aber, naja, ein bisschen überleben kann man ja das tun. Ich habe mir gedacht, ich bin gelöst! Und da bin ich schon wieder. Man sieht man hier auch schon gleich eine Veränderung. Und die Veränderung ist mit auf sich eingetroffen. Ich kann das mit ihm so einfach nicht sein lassen. Überlegen! 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 Mew-Fan! Okay, ich bin eigentlich mehr ein Ew-Fan. Man weiß auch mehr über Ew-Fan. Und trotzdem nehme ich mir insofern ein kleines Rätsel, dass ich mir irgendwie selber so eingefockt habe. Und... Ihr könnt gerne Rätsel raten. Wieso? Ach, ich mache jetzt Kinder... Ihr könnt Rätsel wer die Wolldinge. Weil... das ist irgendwie... ...larm. Ach so... Ha, ich verfliegt's so! Wieso hast du mich so in... Wieso hast du dich so in meinen Hürgen gebrannt? Äh, bei mir hat sie grad... ...was hochgeschoben. Alleine. Aber zum Glück raus auf das Bild dran ist. Und dann hier noch... Ich mache... Ich sage immer wieder das Gleiche. Das ist schlimm, wenn man einen Gesprächspann hat. Und nochmal besser, wir gucken Musik. Okay, Musik eher in Unendlichschleife. Aber wenigstens hilft die... Und ich will, damit sie größer ist. Was ist sie? Okay. Keine Fake Royale. Erbärmlich. Und... Und... Zip... Und Zip... Und Zip... Und Zip... Und Zip... Der Schweif, ja, der könnte etwas mehr Zeck gebrauchen. Und Zip und Zip. Ja, sieht ein bisschen, ja, sieht nicht schlecht aus, natürlich besser. Hihi. Und die Spurs sind alle von Schwarzwald 2, die ich mir kurz geklaut habe. Und irgendwie habe ich nicht so wirklich Lust auf Spurs, vielleicht wegen den Fails. Ich könnte auch Musik anlassen, aber... oder anmachen. Und ich habe dazu einfach keinen Bock. Und so sieht es echt viel, viel besser aus. Und ich habe diesen Teil nicht vergessen. Okay, ich bin schon. Okay. 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 Ich bin schwer. Und ich stehe auch ein bisschen auf bei. Ich habe gelernt, wenn man einfach so höher als der Bildschirm ist, kann man auch mehr erkennen. Und... Und... Und da ist... Und da bin ich wieder. Und Störung beseitigt. Hoffentlich. So... Na ja. Ich habe ja schon gesagt. Mit Aufstehen. Aber so kann... sein. kann einem sehr helfen. Besonders bei dunklen Farben. Kann einem sehr helfen. Und dann mache ich wieder etwas falsch. So, jetzt passe ich auch ein bisschen mehr da. Gut. Und so... Na ja. Ich kann auch noch eine dunklere mixen. Ich weiß nicht, wie es gemixt wird. Also mixe ich mir einfach selber ein bisschen, was mir immer noch zu hell ist. Ja, das ist sehr dunkel. Aber auch sehr hilfreich. Wenn es schön ans wird. Nicht ans wird. Oh mein Gott. Weil dieser Farber muss echt aufstehen. Und dann meinen Hintern hochheben. Und... Na ja. Ist gut. Ich denke, dass endlich über 15 Minuten lang ist. Weil ich habe auch nicht den Timer im Blick, was ich gemacht habe.